Okay, weiter geht's. Ich hab den Kampf mal kurz schnell beendet. Oder ja, eher gesagt, rausgeschnitten. Sposse gefunden? Ich versteh aber immer noch nicht. Wie kann man eine Bombe benutzen, um einen Zaun zu erledigen? Wie dämlich muss man sein, ganz ehrlich? Das ist ein Zaun, einfach wegtreten. Das ist aus Holz oder mindestens Plastik oder Metall. Und der Zaun sah auch nicht so stabil aus, dass man nicht irgendwie das wegtreten könnte. Ja, naja, wenn die Sprengstoff benutzen wollen, ein bisschen Baller-Baller hier. Naja, ist deren Angelegenheit. Die Älteren haben bei der Erziehung dann versagt, das kann man auch nicht mal machen. Das ist aus Amerika gefunden. Hm, 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 hm. Weg. Okay, dann kann ich nur hier hin. Weg damit, Mann. Ach, scheiß Spiel. Oder eher scheiß Steuerung. Okay, dann gibt's hier nichts. Okay, weiter geht's. Hä? Wie soll ich dann... Okay. Ach so, so komme ich hier hin. Ultimativ-Handbuch. Was ist ein Ultimativ-Handbuch? Alter, fangst bei den älglichen Dinos ausgerichtet in langeren Zeitraum. Nicht mit anderen Büchern kombinierbar. Okay. Verstehen, verstehen. Hier gibt's bestimmt irgendwas. Ich hab's doch gesagt. Aber ich muss da auch irgendwo anders hinkommen, oder nicht? Gold-Klumpen, dankeschön. Äh, so. Wo soll ich eigentlich hin jetzt für den Sprengstoff? Doch, das weiß ich jetzt nicht. Naja, ich finde das schon irgendwie... Mmh. Gold-Klumpen gefunden, yay. Meine Motivation hält sich in Grenzen. Momentan bei dem Spiel. Oh, Diamant, dankeschön. Weil es langsam... Okay, dieses Dino kennen wir noch nicht. Qu- 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 Okay. Mmh. Ich will jetzt nicht, dass mein Dino jetzt stirbt. Ich mache einfach mal das hier. Ich hoffe mal, das ist das richtig. Ich hätte echt das St Stein mitnehmen sollen. Ich werde die Netzexion zugleich entschlagen. Okay. Magma Erschütterung. Ich versuche wohl was Besseres. Okay. Ich hab's überlebt. Keine Widerrede, ich hab's überlebt. Okay, jetzt sehen wir mal, ob ich nach oben kann. Nein, ich kann nicht nach oben. Vielleicht weiter nach links. Nein. Warte mal, heißt das, dass ich jetzt... Warte mal, heißt das jetzt, dass ich jetzt den ganzen Weg jetzt... Okay, mein Gautam hat jetzt eine neue Attacke gelernt. Barbele die Dinos. Aktionen festlegen. Tornado-Schlag hat er gelernt. Fest... Ficken. Festlegen. Superaktion. Tornado-Schlag. Warte. Ach so. So ist das also. Superaktion. Geheimnis vor der Luft. Festlegen. Superaktion. Tornado-Schlag. Warte. Warte, was... Hä? Was mach ich da? Bin ich komplett dämlich, oder was? So. Oder? Ja, egal. Ich vergesse, was ich gesagt habe. Warte mal, wo muss ich jetzt hin? Ich muss rausgehen, haben die gesagt. Okay, äh... Hab ich nicht so ein Ding, wo man raus teleportieren kann oder so? Dino-Pistole. Teleporter. Hey, Freund, lass schon, Mike und Max. Ja, bitte. Ja, ja, okay, aber... Ich brauch Springstoff. Wo soll ich diesen Springstoff herholen? Ja, Mädchen. Verkauft der Springstoff? Nein, er doch nicht. Nee, der ist ein guter Bürger, der keinen Springstoff verkauft. Aber wo soll ich zum Geier hin damit? Und du? Ihr habt das Ei zurückgemacht? Ihr habt das... Ja, wir haben was auf dem Kasten, ist gut. Ihr habt das Ei... Ja, das... Wieso wiederholst du, was der Kuppel gesagt hat? Ähm... Nein. Ich brauch Springstoff. Wo zum Geier soll ich Springstoff herholen? Das wächst ja nicht einmal auf den Bäumen. Das regt mich jetzt schon auf. Ganz ehrlich, ja. Das regt mich jetzt schon auf. Warte mal, ich bin von hier... ...bis da hinten gegangen. Muss ich dann hier unten... Warte, da war ich doch. Wo zum Geier soll ich Springstoff herholen? Okay, es geht weiter. Ich hab die ganzen Dinos, die ich, äh... ...bekommen habe, ausgegraben. Zwei davon sind neu, die zeige ich euch später und... ...seht euch ganz zufällig, ist der Typ jetzt vor dem Eingang... ...und erzählt uns irgendwas von einer Scheiße. Ich hab den auch gerade erst entdeckt. Hallo, ihr zwei, seid ihr Possilien-Supra? Äh, das könnte man so sagen. Na, dann kommt... ...äh... ...dann kommt ihr gerade recht. Ich konnte euch... Ich konnte Hilfe gebrauchen. Wie können wir ihnen helfen? Ich möchte, dass ihr mir beim Graben nach Wursunnen helft. Genau an diesem Ort haben ein... ...haben ein zahlreicher Dinosaurier gelebt. Wenn das stimmt, müsst ihr es hier viele... ...viele Dinosaurier-Code geben. Aber ich grabe schon jahrelang und habe immer noch nichts gefunden. Ach so, oh, sie wollten, dass wir bei der Suche nach Dinosaurier-Code... ...also er will die Riech... ...die Kacke von Dinosaurier riechen und, ähm... ...essen. Ich bin mit einem... ...ich bin mit meinen Kräften erwender. Alleine schaffe ich es nicht. Würdet ihr mir helfen? Wenn ihr ihn findet, gebe ich euch den Sprengstoff, den ich zum Graben benutze. Das klingt nach Spaß. Obgemacht. Wirklich? Danke. Übrigens, die Fussien hier in Nordamika sind tief in der Erde. Da braucht man ein 1A-Radar. Ich frage mich, ob euer Radar gut genug ist. Wenn ihr nicht sicher seid, äh... ...geht, solltet ihr, äh... ...Thor in Gobi Village aufsuchen. Also viel Glück. Hab ich denn Dinosaurier... Ich hab da Dinosaurier-Code schon. Das ist ja... Das ist genau das, was ihr nachdem ich gesucht hatte. Ihr gab dem Dinosaurier... Ihr gab dem Dinosaurier-Code. Vielen Dank. Dank euch ist mein Lebenstraum wahr geworden. Jetzt brauche ich wirklich nichts mehr. Ich werde als glücklicher Mann sterben. Also sein Leben hatte davor keinen Sinn, weil er noch nie Dinosaurier-Code in seiner Nase hatte. Okay. Sagen Sie doch nicht sowas. Sie haben noch Jahrzehnte vor sich. Das war nur so ein, äh... ...Rehensaat. Ich muss noch eine... Ich muss noch andere Träume verwirklichen. Und vorher gebe ich ganz sicher nicht den Löffler. Oh, ja. Ich... Ich vergesse. Damit hab ich... Äh... Damit hab ich bereits gegraben. Ein Dankeschön für euch. Ich hoffe, ihr könnt es gebrochen. Er hat einen Sprengstoff. Danke. Aber haben Sie damit... Haben Sie damit wirklich gegraben? Es hat die ganze Fossilung wahrscheinlich kaputt geblasen. Ja, kein Wunder, dass sie nie fündig geworden sind. Nee, vielleicht habt ihr recht. Hm, ich weiß es. Ich weiß was. Das eignet sich perfekt auf den Zaun, den wir gesehen hatten. Okay, ähm... Ich weiß jetzt nicht, ob ich den richtigen Radar jetzt habe. Okay, ähm... Willkommen. Ich bin wieder hier. Ich hab den ganzen Blick jetzt rausgeschnitten. Und... Naja. Mal sehen. Mike, ich frage mich, ob wir den Zaun mit der Spritzschutz zerstören können. Das ist nur ein Zaun, verdammte Scheiße. Kannst du Gedanken lesen? Los, wir suchen das mal, Max. Cool, dann leg mal los, Mike. Das sind so tolle Kinder. Hä, du meinst, ich soll das machen? Klar, warum nicht? Nun, ich schätze es sicherer, wenn ich das mache. Ich werde das Sprengstoff... Ich werde das Sprengstoff einstellen. Sprengstoff eingestellt. Es hat funktioniert. Super, Mike. Danke, Max. Mal sehen, wo wir landen. Am Arsch der Welt, hoffe ich jetzt mal. Das sind so dämliche, dämliche Kinder. So... Ich glaube, endlich weiterkomme ich mit dem Spiel. Noch ein Fussel aus Nordamerika. Okay, geht klar. Ah, wozu? WTF? Was ist das für ein Ort? Hier hat man doch gar keinen Überblick. Hä? Ich scheiße, ob die ganzen Fusseln, die hier sind. Ach, ich habe keinen Bock mehr. Wo ist der Ausgang? Okay. Endlich. Okay. Ich habe die Karte, aber das bringt mir jetzt momentan nichts, weil ich nicht weiterkomme. Okay. Ich habe keine Lust mehr auf dieses Spiel. Das regt mich nur so auf dieses Spiel. Endlich bin ich raus. Ich habe zu viele Kämpfe bisher beschritten. Das regt mich jetzt schon auf. Wisst ihr was? Ich scheiße auf die ganzen Fussilien hier. Das ist sowieso alles nur... Ich werde hier... Ich verschwende hier echt unnötig Zeit. Lecker, Mio. Yay, Kleeblatt. Yay. Nein, geh weg. Um das Video irgendwie kurz mit irgendwas zu erfüllen, werde ich jetzt einfach mal ein bisschen graben gehen. Ah, und Fossil. Und diesen Gegner mache ich ausgehen, weil... Da hat sowieso nichts Neues hier immer. Würde ich mal sagen. Wo war das Fossil hier, Mann? Schwach. Okay, und wir sehen uns im nächsten Part.